Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Video Planet Coaster. Ja, ähm, als erstes mal fettes, 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 sorry, dass diese Folge so spät kam. Äh, wenn es überhaupt am, ja, Mittwoch 40.00 Uhr bleibt es nicht mal kommen. Ich will das gerade nachkommentieren um 14.48 Uhr, genau zu sagen. Es sollte eigentlich mittwochs um 11 Uhr kommen, aber, ähm, ja, ich hab's einfach am Dienstag wieder erst nachkommentieren und zu beschneiden, weil es waren mehrere Teile, viele Stück. Und, ja, wir sind immer noch an dieser Bahn beschäftigt, ähm, ja, ähm, hab gerade ein paar Boxen gemacht, das finden wir aber wieder in der nächsten Folge raus, sondern so eine lange, ein viel, 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 viel Stück Arbeit ist das. Ähm, zum Beispiel, ich will ihnen was sagen, man kann ja stimmen oder so was hinzufügen, wenn ich ihnen was auffüge, und dann sind ja, Achtung, Achtung, es geht jetzt los, irgendwie sowas halt, und, ja. Ja, aber wir werden heute die erste Testfahrt mit dieser Bahn machen, wo es so mehr oder weniger vollständig war, halt außer diese Boxen, das war egal eigentlich. Ähm, ja, genau. Ich will, oh, sorry, ähm, ich will hier oben drauf ein paar Figuren hinstellen, dass sie so öde aussieht oder sowas. Ähm, ja. Ja, so, ähm, toll. Ich wollte ja, oh, sorry, diesen schwarzen Ding da an die Wand dran machen, dass es halt dunkel aussieht, aber, naja, gut, jetzt ist es so spät. Äh, jetzt habe ich keinen Bock mehr, das nochmal zu machen, dann wird es noch eine Folge dauern vielleicht, und dann, ja, dann wird es nicht mehr, ja, das wird dann einfach ein bisschen nervig für euch und für mich auch, haben wir dann zu lange, ähm, Ding uns befassen, wo, ja, Insgesamt haben wir jetzt so gute zweieinhalb bis drei Stunden jetzt hier mit dieser Bahn verbracht, für dieses Karussell nur. Junge, dafür lässt sich ein Typ für eine Achterbahnzeit, aber, naja, müsst ihr immer denken, jetzt hieß ja, jetzt in diesem Fall 3,2 mal schneller, wie ich das mache, und, ja. Ähm, ja, so, deswegen hieß es auch teilweise, aber es sieht so komisch aus, weil es im Karussell da, ähm, weil es sich immer so schnell dreht und die Lichter und alles, aber, ja, aber wenn wir fahren, habe ich natürlich so gemacht, dass es stinkt, und mal Zeit ist, so wie ich es aufgenommen habe, und, ja. Ich bin gerade dabei, hier diese Lichter, ähm, jetzt muss ich stellen halt, dass sie bei einem bestimmten Ding ein- oder ausgehen halt, und, ja. Genau. So, weil. Was cool wäre, wäre vielleicht ein- ach, ich weiß, was ich vergessen habe. Ähm, bei diesem Kettenkarussell wollten wir ja diese Fontänen da, ähm, alle, äh, enden, äh, Seiten machen. Das habe ich gerade voll vergessen. Kacke. Aber, naja. Ähm, wir stellen das Ganze mal hier mal kurz ein. Na, bitte, kurz. Ja. Das geht eigentlich die ganze Folge über, aber, naja, muss ja keiner wissen. Äh, 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 das Ganze da einzustellen. Ähm, nicht. Doch, obwohl, den Part, das waren auch zwei verschiedene Tage, das war ich aufgenommen habe. Das heißt, ich weiß, ja, zwei verschiedene Tage. Und das ist gerade ein Tag hier, das. Und das war abends, da habe ich Musik gehört, also, wo ging's eigentlich, aber, naja, die Musik dürft ihr natürlich nicht hören. In der GEMA, da begraut ihr einen Strike, oder ihr könnt das Video nicht angucken. Ähm, ja. Genau, es gibt halt die sogenannten GEMA-freie Musik halt, wo extra für YouTube zum Beispiel nur ihr hören dürft halt. Ähm, aber dürft, das ist jetzt, das Falsche ist gesagt, dürft natürlich alle, äh, Musik hören, ist ja egal welche. Und, aber YouTube erlaubt ja nicht jede Musik, zum Beispiel von berühmten Künstlern wie ACDC, oder Mark Foster, oder irgendwie sowas, halt, oder Ed Sheeran. Da sagt halt YouTube, nee, darfst nicht veröffentlichen, oder ein paar Länder dürfen das Video dann nicht angucken in der Musik, halt. Ist ganz unterschiedlich, ähm, ja, genau. Mir ist gerade echt aufgefallen, wie oft ich, ähm, 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 sage, ist ich krank. Das denkt man irgendwie gar nicht, dass man so oft das Wort sagt. So, darauf mal ein bisschen zum achten. Äh, 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 ja. Naja, okay. Ähm, ich hoffe ja für euch, ich kann euch das nicht sagen, dass diese Folge noch am Mittwoch noch kommen wird. Äh, äh, ja, schätze Mittwochabend. Ihr werdet es ja schon sehen, aber ich weiß es noch nicht. Hm, ja. Genau, ihr wisst ja, wann diese Folge rauskommt. Und, ja. Jetzt sind wir gerade wieder dabei, die Lichter einzubestellen. Oh mein Gott. Warte, aber das ist ja echt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber, ja, gut. Es ging. Also, war jetzt nicht das Schlimmste, äh, oder sowas, was ich nie wieder machen werde. Ich werde es auf jeden Fall noch öfters, viel öfters machen. Weil zum Beispiel bei Achterbahn oder sowas. Und, ja. Wie in der letzten Folge schon gesagt, würde ich hier auf jeden Fall noch eine Kinderachterbahn machen und eine kleine Raftingbahn. Oder muss es nicht unbedingt eine Raftingbahn sein, sondern eine Wasserbahn, Wasserattraktion. Und, ja. Würde ich es jetzt auf jeden Fall mal machen. Nur die Frage ist, oder ich würde auch gerne so eine Art Wasserspiel machen. Also weiß es nicht genau, wie das geht. Hier, du machst es über die Achterbahn, über die Bahn halt. Wenn sie rückwärts gerade fährt, das wird dann die Lichter ein- und ausgehen. Aber ich weiß halt nicht, das geht ja dann nicht über die Bahn halt, sondern über was anderes. Für diesen... Dings, Mischpult, so eine Art. Kann ich euch natürlich jetzt gerade nicht zeigen, weil, ja. Ihr wisst es ja. Ähm. Ja. Das ist dumme gerade. Ich will da irgendwie noch Nebel noch hinmachen. So, wenn diese Dinger, wenn gerade das Nachtwirt halt, für die, wo das Tuch da drüber geht, dass die da nichts, ähm... Das sah, davor ein bisschen Nebel kommen. Und dann, ja, dann denkt ihr, hey. Da passiert gerade irgendwas. Und dann, ja... Es ist auch noch eine schöne Beschäftigung gewesen, das ganze Geschick eins zu bestellen. Aber, ja. Ich sehe da hier gerade die zwei Türen von Boxen. Die ist da gerade auf den Steam Workshop runtergeladen. Weil, ja. Ich würde eigentlich andere Boxen nehmen, aber, ähm... Ja. Ich würde es ja so gut anbieten. Äh, ja. Gut. Das von Nebel habe ich echt vielleicht übertrieben, aber ich will das ja später nochmal sehen. Dass ich echt mit dem Nebel arg übertrieben habe. Aber, ähm... Naja. Vielleicht werde ich das auch wieder löschen. Äh, übrigens ist... Es kann sein, dass ich wieder alles abraste, weil es mir nicht gefällt. Ähm... Ja. Und genau das kann es auch mit der Bahn sein, aber ich denke eher nicht, weil die gefällt mir echt übertrieben. Gerade mit diesen Lichteffekten. Darauf habe ich echt noch übertrieben, viel Bock mit viel Lichteffekten oder sowas. Gegellt zu arbeiten. Hier sieht man es doch mal, dass ich das nicht so krass gemacht habe, wie auf der anderen Seite mal 10 Stück oder sowas. Ähm... Ja, das Summe ist, dass man zieht es irgendwie so leicht raus. Aber ich denke, das wird keiner so hart sehen. Ich gucke nochmal, wie so die Bahnen so ankommen. Hört eigentlich alles so ganz gut an. Ähm... Ja, okay. Das Bildkinderland werde ich irgendwie nochmal, keine Ahnung, befestigen. Oder irgendwie sowas. Ich werde mir schon irgendwas einfallen lassen. Ihr könnt da gerne im Kommentar schreiben, wie ihr das machen würdet mit diesem Schild. Weil das sieht ja auch kacke aus, wenn es die ganze Zeit nur an diesem so schwebt. Und ja. Ich würde euch auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr da für Pläne hättet. Wo ich, ähm... Ja. Das machen könnte. Äh... Oh Gott. Sorry, Leute. Es ist... Äh... Warte mal. Ja. 14 Uhr am Mittwoch. 14.55 Uhr oder sowas. Und ich habe mich wieder echt krass. Auf jeden Fall. Gleich kommen wir in die nächste Phase, wo ich das denn gefahren werde. Mit euch zusammen. Mit Planet Coaster-Tona zuhören, ja. Ja, ja. Wird nicht oft vorkommen. Kann ich doch, denke ich mal. Oder vielleicht bei coolen Bahnen vielleicht das machen. Und... Ich... Ich... Naja. Will ich für euch ja nichts verändern, außer dass er nicht mehr dreimal so schnell ist, sondern nur einmal so schnell ist. Also ganz schlingt normal, wie gesagt. Und ja, dann werden wir die Bahn in Nacht fahren. So ist es, wo das schon ein Schild steht. Und... Ja. So. Nacht eingestellt. Und ja. So. Und... So. Jetzt sind wir in der Welt von Pearl Carousel gelandet. Mit Pearl Carousel Sound und mit diesem Kettenkarousel. Ich werde mich mal hier ein bisschen leichter stellen, dass ihr das Karousel auch so gut hören könnt. Oh. Oh. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ähm. Ich hab da was gesehen. Und zwar ist es an der Neumaschine kaputt. Äh. Nicht kaputt, sondern... Ja. Die wirft Nebel, was sie noch nicht machen so eigentlich. Weil die erst... Hat die... Ein Moment. Das tun soll. Aber... Naja. Ja, die Neumaschinen machen, was sie wollen. Nichts ändern. Das sind halt zwei. Ich weiß es nicht mehr, weil ich es am 22.08 aufgenommen habe. Also... Ja. Oh Gott. Äh. Leut. Ist es jetzt wirklich zwei? Okay. Das wusste ich gar nicht. Oder nicht mehr. Weil... So gesagt. Äh. Ja. Gut. Aber wir werden... Jetzt... Gleich hier eröffnen. Jetzt genau. Oh Gott. Eröffnet. Und ja. Ich werde jetzt... Für kurzzeit meine Klappe halten. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Endergebnis. Mit dieser Bahn. Viel Spaß. Bis gleich. Ich... Natürlich ist hier mit der erste Kunde. Für diese Bahn. Und... Ich finde die Melodie von Kettengeuse ist so geil. Aber... Ich hatte jetzt meine Klappe. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann... Tschüss. 1942. Tschüss. Woo! Woohoo! Woohoo! Yee-haw! Let's dance. Woohoo! Woo! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Prozent haben wir schon probieren zu machen ich weiß nicht was verschwindet Burg als ein Kammern dann das Bild macht machen uns hohen das soll in keiner alle wird dieser wird das erwiesen wie du wir haben auch ein bisschen Achterbahn bauen keine Spoiler aber die wäsch auf jeden fall der nächsten fall abreißen kann an was ich da gewöhnt an die zum bauen die ist übelst hässlich scheiße und kurz auf den ausdruck aber das sind vielen dank fürs zuschauen soll genauer fest verspäten es war keine angewöhnen wird werden von mir wir sind es beim nächsten video schönen tag noch heitrei schau das ist schon die bau schau Vielen Dank. Vielen Dank.